So, alle Ponys drin? Bereits, Alter! So, Preis der Firma Impula gegen 1600 Meter mit den Team Ponys. Jetzt geht's, ein Blaue geht. Außen wird Angelina Coralina nach hinten befördert. Vorne ist es Count On Me, an der Innenseite. In ruhiger Fahrt geht es auf die Gegenseite. Count On Me, I'm Loving It! Dann Humble Minds, Aljamila und ganz am Schluss Angelina Coralina. Gut gemacht, die Pacemakerin ist Leonie Wissmann mit Count On Me. Das Tempo wird jetzt auf der Gegenseite etwas besser. Außen kommt der Angriff von einem Laving It. Noch nicht, noch einmal aufgenommen. Vorne ist es jetzt Humble Mind. Und außen jetzt der Angriff. I'm Loving It! Hören Sie! I'm Loving It! Hören Sie! Hören Sie! Dahinter Count On Me! Angelina Coralina. Hören Sie! Hören Sie! Hören Sie! Antrag erklärt! Und nun, Hangle Minds hat ihr nichts entgegenzusetzen. Vorne, ganz klar – gegen Angelina Coralina in bekannten Art. Wellt sie dasích nach Hause, rebuilt� hisches Oирован an. Hast zwei Todinnen und nach hinten dieser Theater kam der Count On Me. Na, oh, I'm loving it, oh, oh, Jamila.